Ich habe gerade den Bomber in eurer Nähe gecheckt. Eine Menge Torpedos. Wer ihn auf Grund setzt, dem spendiere ich eine Runde davon. Ach, leckt mich. Nix da, das ist mein Bomber. Willy ist zu langsam. Ich begrüße euch zu Akronox 2. Ähm, wie geht es euch? Alles super? Ja, schön. Ähm, ihr erinnert euch, letztes Mal haben wir die Mission, die ihr eben nochmal kurz gesehen habt, abgeschlossen mit den einfachen Neo-Juppies, ein bisschen Terror machen wollten. Und diesen Terror haben wir ausgetrieben und haben sie deshalb vernichtet, haben noch den Frachter geborgen, also haben wir diesen EMP-Pector rausgeholt. Ich will es immer mit 2P sagen, EMP-Pector will ich immer sagen, aber das ist einfach falsch. Ich muss dazu ehrlich gestehen, ähm, ich habe gerade einen kleinen Aufnahmeversager gehabt. Heißt, ich habe eben 30 Minuten aufgenommen, also die nächste Mission aufgenommen, ohne dass ich, ähm, ja, ohne dass das Mikro irgendwie aufgenommen wurde. Da gab es halt ein paar kleine Probleme. Tja, jetzt nehme ich das nochmal auf, also, ich würde dir nur, dass ihr jetzt wisst, nicht, dass ich ein bisschen komisch rüberkommen sollte. Gut, wir gehen jetzt erstmal, ja, wo gehen wir als erstes hin? Ja, die Leute, die wollten letztes Mal in die Müllschleuse gehen, also dachte ich mir, ja gut, dann gehen wir halt in die Müllschleuse, ey, wie will jeder in die Müllschleuse mit Animal reden? Dann machen wir das, ey. Woher kommst du? Was willst du? Ich, das ist mein Schiff. Verzeihung, dass ich nicht ins Dekor passe. Oh, ich, ähm, ich gehe dann mal. Ja, und wir sehen schon, wir werden noch nicht mal auf dem Müllschleuse richtig willkommen geheißen. Das kann nix Gutes bedeuten, gehen wir in die Messehalle, da ist alles ein bisschen normaler. Und mein Link ist da, schön. Unser Fight hat Spaß gemacht, Kleiner. Ich, niemand kann einfach zusehen, wie ein paar Spinner eine Station überfallen. Vergiss es, bleib in meiner Nähe, ja? Wir beide sind ein gutes Team. Wieso? Wie meinst du das? Denk nach, Xiaolong. Du und ich? Wir denken drüber nach und lassen uns den Gedanken ein bisschen durch den Kopf gehen. Mal sehen, was sie damit meinen könnte. Hm, gehen wir einfach in die Mannschaftsraum A und versuchen, unsere Gedanken ein bisschen woanders hinschweifen zu lassen. Mein Link, also ich muss sagen, die Zeichnungen im ganzen Spiel hier sind wirklich sehr gut gelohnt von den Personen. Also es sieht sehr, sehr schön aus. Muss ich schon sagen. Du bist schnell, Drake. Eine gezogene Waffe. Hä? Danke. Ohne Munition. Nun. Noch. Da kriegen wir schon wieder eins auf die Fresse. Ach, schön. Wenigstens ist etwas. Wenigstens sind wir in einer gezogenen Waffe ohne Munition. Das ist schon mal besser als Quappenfortz oder sowas. Na gut, Angelina. Gut gemacht, Drake. Ich sehe in deinen Augen Tapferkeit, aber auch... Was? Rastlosigkeit. Sieh dich vor. Und was ist mit Stoney? Er ist verschwunden. Das Übliche. Wir können ihn nicht an die Leine legen. Je länger er weg ist, umso schlimmer Amitabs Moral predigt. Amitab hat eine Moral? Das wundert mich aber. Wundere dich nur. Das ist ein guter Anfang. Wundern ist ein guter Anfang. Was könnte sie meinen? Auf jeden Fall gehe ich erst mal zu Amitab auf die Brücke und schaue mal, was da mit Stoney los ist und was da sonst noch alles passieren könnte. Mal schauen. Hey, hey, blow the man down. Du hast dir gerade einen weiteren erbärmlichen Tag deines Lebens erkauft, Willie. Hast es gemerkt, was? Schiffe der Atlantischen Föderation sind schnell. Zu schnell für ihre Manövrierfähigkeit. Danke, Skipper. Aber was ist mit Stoney? Ab und zu kriegt er einen Rappel. Seine Alleingänge enden immer im völligen Chaos. Der Junge ist mit dem Kopf zuerst auf diese Welt gekommen. Flutsch, Rums, Autsch. Was soll ich jetzt tun? Fasir Held ist unser Auf- und Abräumkommando. Er räumt das Schlachtfeld auf und birgt, was noch brauchbar ist. Hände aus Gold. Geh und hol dir deinen Harry ab. Meinen was? Ach, deine Beute, Kindskopf. Amitab verzweifelt anscheinend ein bisschen. William ist noch ein bisschen grün hinter den Ohren und weiß nicht, was ein Harry ist. Na gut, jetzt weiß er es. Schön, klasse. Gut, Fasir Held, ihr habt es bemerkt, das scheint hier wirklich so ein bisschen der Typ zu sein, der hier eben ein bisschen aufräumt, ein bisschen die Sachen birgt, sich das Ganze anschaut. Und nicht umsonst hockt er, glaube ich, den ganzen Maschinenraum herum. Da wird er wohl seine Gründe für haben. Ich schätze mal, der ist wohl eher so ein Mechaniker hier. Schauen wir mal nach. Ah, Wackenwilli. Nicht schlecht geschlagen, Junge. Ja, ja, Überfälle werden immer häufiger. Was wollten die auf Lima 2? Ihren Spaß. Terror-Touristen aus dem übersatten Neopolis. Sie brauchen den Kick. Als wir noch in Neopolis wohnten, gab es sowas nicht. Ach, Aqua wird älter, Drake. Und mit jedem Jahr hässlicher. Aber jetzt hör zu. Amitab hat's gerne, wenn wir nicht alle Frachter, denen wir begegnen, kaputtballern. Wenn du sie nur mit einer EMP-Waffe lahmlegen kannst, kann ich raus und jede Menge Beute holen. Wir brauchen diese Ausrüstungen. Muni, Waffen, Credits. Hm, okay. Wird noch mal drauf angesprochen, auf die Sache, was schon eben gesagt wurde. Der EMP-Pactor. Den können wir mal jetzt ausrüsten. Den können wir jetzt hier mit ins Arsenal packen. Genauso wie Vendetta-Sniper. Nehmen wir ihn einfach auch mit. Und ich meine, wir können ja irgendwie alles mitnehmen. Wir haben ja sonst nichts. Ihr habt gesehen, jemand hat einen Torpeo geschossen und einfach versagt zu treffen. Eben bei dem Versuch nochmal, den großen Bomber zu töten. Da ist mir schwierig, ob jemand dazwischen gekommen ist, als ich das Spiel nochmal durchziehen musste. So, alles rein in die Ausrüstung. Keramik aus der Panzerung und alles, was wir drin haben. Und gehen wir auf die Brücke. Amitab wird jetzt wahrscheinlich ein paar... Ah, okay, anscheinend nicht Amitab. Kaum immer. Ned will irgendwas von uns. Oder wir was von Ned. Und es gibt immer noch keine Alternative? Wie lautet dein voller Name? William Drake. Ah, Drake. William Drake. Von den Neopolis Drakes? Ja, ja. Meine Mutter ist gestorben und... Halt dich ein, Amitab, nicht an mich. Er will ihnen schon wieder seine ganze Lebensgeschichte erzählen, der William, ey. Er soll den Leuten nicht so auf den Sack gehen, so Amitab. Ja, das ist als je was. Drake, das Leben meines Abenteurers ist hart und kostet Credits. Wir haben einen Notruf aufgefangen. Ich hab schlechte Erfahrungen gemacht mit Notrufen. Erfahrungen? Was weißt du schon von Erfahrungen, Süßwassersäufer? Weißt du, was Crawler sind? Es heißt, sie sind Menschenfresser, Piraten, Mörder. Mit einem Wort Animal. Animal ist ein Crawler. Aber wir haben ihn fast gezähmt. Jetzt sind seine Kumpels in der Nähe und halten so ein Forscher-Vibe eingekesselt, das unablässig SOS funkt. Aber wieso ausgerechnet eine Forscherin? Sie halten Forscher wie Sklaven, um ihre beschissene Technologie zu verbessern. Brackwasser. Mayday muss auch mal wieder raus Blutschnuppern. Denk dran, jedes Schiff, das du nur lahmlegen kannst, wird von Fuzzy nachher ausgeräumt und bringt uns eine Menge Ausrüstung. Und dann? Na, wir hauen diese Makina-Forscherin da raus. Die steht für eine Menge Credits. Drake, Angelina und Mayling, ihr greift die Crawler an. Denk an die Vendetta-Sniper. Sie hat eine Reichweite von knapp 500 Metern. Okay. Also folgendes lernen wir aus diesem Text hier. Also Sachen wirklich mit EMP am besten lahmlegen. Und eine Sache will ich auch noch klarstellen. Mayday ist der Spitzname für die Mayling. Falls sich manche Leute wundern, das ist ein und dieselbe Person. Passt sich einfach gerade wegen der May. Passt sich das so schön an. Nur, falls wir dann die Leute verwirrt sein sollten, dass sie Mayday nicht kennen. So. Vendetta-Sniper, kein Problem, habe ich mitgenommen. An sich, ähm... Okay, anscheinend geht ja irgendwas vor sich. Hört ihr mich? Verdammt! Hier spricht Dr. Finch von der Taparabo. Holt mich hier raus. Dafür gibt's ne Menge Geld. Oh, wie ich das hasse. Niemand stiehlt mir ungestraft die Zeit. Und merkt euch, die Crawler benutzen eine Abart der Standard-Plasma-Waffen. Holt mich hier raus. Das ist ein SOS der Alpha-Klasse. Wer nicht hilft, kommt vors internationale Kriegsgericht. Ihr müsst mich und meinen Transporter hier rausschaffen. Verrücktes Forscher-Wei braucht Hilfe. Wir sollten vielleicht mal eingreifen. Machen wir das einfach mal. Sie scheint ja wirklich ziemlich in der scheiß Lage zu sein. Und zickt einen ganz schön an. Mensch, wollen wir der Zicke mal helfen. Ja, alles ist ausgerüstet. Stimmt, haben wir gerade ihn gemacht. Gehen wir nochmal ans Dock. Und machen unsere Mission. Bei Dr. Finch. Ja. Ihr werdet nochmal darauf hingewiesen, dass wir auf jeden Fall das Sniper mitnehmen sollen. Wir sollen die Dr. Finch befreien von der Crawler-Bunde. Und sollen auch sie zur Harvester zurück eskortieren. Also an sich ein Eskorteauftrag oder Rettungsauftrag. Eine Sache sollte auf jeden Fall sicher sein. Wir haben die Vendetta-Sniper deshalb mit, um bestimmte Gegner leicht töten zu können. Das geht ganz einfach. Indem ihr einfach wirklich aufs Cockpit zielt. Und meistens sind dann die Gegner mit einem Schuss weg. Wenn ihr wirklich das Cockpit trefft. Meistens sind sie dann sofort tot. Deshalb haben wir die Vendetta-Sniper mit. Werden wir in dieser Mission so einige Male benutzen müssen, schaut es euch einfach mal an. Das wird ganz spannend. So. Fetzen wir erstmal raus aus unserer kleinen Bucht hier. Macht schnell volles Rohr, dass dem Doc nichts passiert. Volles Rohr. Ab nach unten. Wir sind wieder in Wasser. Wir sind im Abgrund spielen gehen. Und wollen schauen, wo uns so ein Dr. Finch sich versteckt hält. Na, ich hab so ein tolles Boot. Mein Boot, mein Boot. Wir fahren mit meinem Boot los. Hm. Los geht's. Diesen hier war eine Runde. Ja. Da soll angeblich Dr. Finch sein. Ja, gut, dann schwimmen wir doch einfach mal dahin. Ich nehme am besten, ja, Vendetta. Ihr seht, die MP-Pactor, äh, den E-Pactor, der hat schon ein bisschen Munition zu Anfang. Aber es fliegt sich trotzdem nur sehr langsam nach. Also, ne, ne? Ist halt so ein Ding. Halten Sie durch, Dr. Finch. Wir hauen Sie da raus. Aber Sie müssen schon was sprengen lassen. Ich gebe Ihnen Credits. Aber helfen Sie mir gegen diese verdammten Menschenfresser. Ja, schön. Dann machen wir es doch einfach mal. Wo sind denn unsere lieben Crawler? Crawcrap. Ja, falls ich euch wundere, wofür diese ersten drei, äh, Sterben immer stehen. Das ist, äh, glaube ich einfach nur, ähm, wo, zu welcher Fraktion diese Leute angehören. Welcher Fraktion sie angehören. In diesem Fall steht K, äh, also C, R, A, 4, Crawler. Ganz einfach, äh, kann man sich noch, äh, denken. In dem Fall kann man sich in den meisten Fällen denken. Nur damit ihr das wisst. Und das daneben ist dann die Klasse des Schirmes. Das war knapp. Danke, Leute. Schön gemacht. So, wollen wir mal ein bisschen losschirmen. Na, wer sagt's denn? Wir sind angekommen. So, falls ihr euch wundert, warum ich jetzt schon losschwimme? Mein Bordcomputer hat eine Fluchtroute berechnet. Wenn wir ihr folgen, werden die Crawler unsere Spur verlieren. Hey, Doc, sieht für mich wie ein Umweg aus. Ist es auch, aber diese Route ist sicherer. Gut, Dr. Finch. Übernehmen Sie die Führung. Ja, falls ihr euch wundert, was ich hier mache, ähm, ich schwimme schon so einen ganz bestimmten Punkt hin. Denn ich weiß, dass hier hinten was passieren wird. Ähm, ja, ähm, das sind die Bonusziele, die ich hier jetzt schon gleich, ähm, äh, ab, äh, abarbeite. Es gibt in dieser Mission, glaube ich, drei oder vier Stück. Ich weiß nicht, wie viel ich davon erreichen kann. Ähm, werden wir einfach mal schauen. Ich gehe hier mal gucken, was hier so los vor sich geht. So schauen wir noch mal ein bisschen. Ja, Mensch. Oh, warte mal schauen, ob hier irgendwas ist. Ich habe hier etwas auf meinem Scanner. Okay. Das ist was für dich, Winnie Boy. Untersuche den Nachpunkt. Und da kommen irgendwelche Gegner einfach aus dem Nichts gespawnt. Ja, ich bin ein bisschen zuvor hier gewesen. Denn hier sind jetzt einfach Gegner, die können wir abknallen. Das bringt uns schon mal was. Erstmal macht das die Gegner kaputt. Verdammt, ich will hier echt verrecken. Ja, du bist schon mal kaputt. Und hier ist noch einer. Nicht vergessen, das sind Plasma-Waffen. Das heißt, wir kriegen einfach einen Torpedo gegen den Kopf geknallt. Nein, das ist jetzt nicht so schön gelaufen. Das ist überhaupt nicht schön, was hier gerade abläuft. Ähm, ich hätte gerne erstmal den Kollegen hier weg. Dankeschön. Und diesen dicken Bomber, der sollte mich mal am besten einfach in Ruhe lassen. Ich will den erst nur hier weg haben. Okay, dankeschön. Ich versuche mal, den anderen Kollegen hier mit dem EEP-Paktor vielleicht mal auszuschalten. Vielleicht bringt das ja was. Hab ihr weitere Erwartungen, Uli? Ja, ja. Folge dem Navigationspunkt deines Bordcomputers. Ich verarsche den Kollegen hier mal ein bisschen. So, dass ich ihn hier irgendwie ausschalte an diesen Spin-Drifter oder wie er heißt. Oh, das scheint die ganze Zeit der Wagen zu sein. Ich mache ihn mal einfach mal kaputt. Ich versuche es zumindest, ihn irgendwie auszuschalten. Vielleicht reicht unsere EEP-Munition dafür, ja? Okay. Einfach nur den Lasern ein bisschen ausweichen. Das ist gar nicht mal so leicht hier, das Ganze. Was ich hier mache, dürft ihr nicht vergessen, das ist alles sekundär. Ich müsste den gar nicht hier ausschalten. Aber vielleicht bringt das ja irgendwas. Einfach mal schauen. Ich gucke einfach mal, ob das was bringt. So. Ähm, einfach mal weiter. Zack, zack, zack. Oh. Alter, wir sind hier gleich schon kaputt. Das ist nicht gut, was ich hier mache. Das ist echt nicht okay. Vielleicht sollte ich die Mission gleich nochmal neu starten. Gut mitgedacht macht. Wir hätten uns noch gefährlich werden können. Na, ich glaube, es hätte gereicht, es hätte, glaube ich, gereicht, wenn ich ihn einfach kaputt gemacht hätte. Warte mal kurz, ich mach das nochmal. So, jetzt sind wir wieder bei der Stelle mit den lieben Kollegen hier angekommen. Ich hab hier etwas auf meinem Scanner. Und schau mal nachher. Das ist was für dich, Witty Boy. Und jetzt suchen wir den Aufpunkt. So machen wir sie einfach ein bisschen Schrott. Und ich lasse mich die Seite am besten nicht so doll von dem Bomber treffen. Schwenke hier ein bisschen hin und her. Versuche dadurch ein bisschen den Kiegel zu verwehren. Und verstecke mich jetzt erst mal vor diesen verdammten Bomber. Dass der mich nicht kriegt. Weil mit dem will ich mich jetzt echt gerade noch nicht anlegen. Mache ich erst mal ihn hier lieber kaputt. Den Krakrab. So. Kaputt bitte. Sehr gut. So, jetzt ist es nur noch du. Kann ich hier nicht mit dem Sniper am besten irgendwie wegknallen? Geht das nicht? Ich glaube, es geht nicht. Ist einfach zu schlau hier anscheinend, ne? Ach gut. Dann machen wir es mit der Vendetta. Dann warte ich ganz schön klasse mit der Vendetta. Wir würden uns anscheinend gar nicht kümmern. Habt ihr weitere Erwartungen, Udi? Wir sollen recht sein. Folge dem Navigationspunkt deines Bordcomputers. Ich fahre am besten ein bisschen vorweg. Versuche Distanz zu ihm zu halten. Dann kann ich anscheinend nicht angreifen. Solange ich so weit weg bin. Ja, dann verpisse ich mich halt. Das ist mir auch egal. Ich mache den halt kaputt und dann mache ich ihn halt kaputt, ne? Okay, er badert wieder ein bisschen. Er hat wieder dazugelernt. Er weiß, dass er schießen kann. Und ich gehe gleich nochmal zum anderen Nachpunkt, der mir da angezeigt wird. Der ist direkt hinter mir. Na gut, warum nicht? Gehen wir gleich gucken. So, ich lasse dich so wie möglich treffen. Schwenke immer so ein bisschen hin und her. Das hilft dagegen am meisten. So, bäh, 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 bäh. Keine Laserkanone bitte. Und bitte geh jetzt kaputt. Jetzt. Gut mitgedacht, Marc. Dankeschön. Wir hätten uns noch gefährlich werden können. So, jetzt schwimme ich mal da lang. Hier ist nicht auch noch irgendwo ein Bonus-Tier angeblich. Gehen wir da auch einfach mal gucken. Tja. Gucken gehen, gucken gehen. Was sie uns da anzeigen. Jetzt habe ich hier aber was größeres auf meinem Scanner. Nicht davon ablenken lassen. Das geht sehr schnell. Schaut euch das mal an, wenn ihr bei. Ja. Das geht hier sehr schnell, das Ganze. Also, ähm, ihr habt trotzdem genug Zeit. Ihr könnt das hier ruhig fertig machen, das Ganze hier. Geht da ruhig hin und schaut euch das Ganze an. Hier ist eine Elf-Node. Tja, äh, wir können uns drum kümmern oder nicht. Ich bin in seiner Zielerfassung. Das ist so eine Sache. Natürlich kümmern wir uns das Ganze hier. Versucht jetzt mal, die Leute hier mit der Sniper auszuschalten. Was macht der da? Kaputt auf jeden Fall. Aber der ist irgendwie so derbe gegen die Wand geflogen. Ach, egal.